Das sieht dann sonst mal ein Laptop so. Ist doch egal. Ich kann es jetzt nicht höher machen. Kannst du den nicht... Nee, aber das ist doof, dann sieht das doof aus. Mach den doch an die Seite. Ja, was ist mit den Comments? Ja, machen wir so. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, ist nicht so schlimm. Das ist eh noch keiner da. Das ist eh noch keiner da. Das kann ich jetzt nicht noch so lange rumholen, bis da oben eins steht, oder? Wobei, das geht ja nachher so leid. Ja, ich denke schon. Okay, das ist einer da. Moment, ich muss aber gucken, wie kommst du jetzt mal in so einer... bei Nachrichten. Oh, hallo, meine Damen und Herren. Hi, guys. This is Jenny. Hi, I'm Jacqueline. And this is the first live stream we're doing together, I think. I think so, yeah. Yeah, so I'm just gonna do a quick introduction in English and then we're gonna switch to German. So, do you want to say where you're here? In English? Yes. Well, I live in Munich and I'm here visiting Jenny. Yeah, and we're working together and spending time together. And tomorrow at about noon I'm leaving and going back to Munich. Yeah, so we're doing some co-working and what else are we doing? Cooking, eating. The eating is very important. Yes. The food is always very important. Okay, so I can see your comments now on my screen so I don't have to read them over there. That's pretty cool. So, where are you guys from? Should we switch to German now? I think so, yeah. Oh yeah, by the way you guys are going to be able to win a subscription for the French, the German and the English app. We're going to ask you two questions during the live stream. We won't tell you when exactly and then you can send us an email to info at lingoni.com and if you answer those questions correctly you have the chance to win a subscription. So, yeah. Let's get... Also, yeah. Machen wir auf Deutsch weiter, ne? Yeah. I think we're going to switch to German now. Genau, genau. Ich sehe mich jetzt nicht weil die ganzen Kommentare da immer... Kann man die denn da ausblenden? Jetzt sind sie weg? Nee, jetzt sind sie da. Okay. Ja, ist dann halt so. Egal, dann sehe ich mich hier. Ja, gut. Wir trinken gerade hier übrigens Kaffee. Das ist mein dritter Kaffee heute, glaube ich. Echt? Ja. Ich hatte erst... Der ist mein zweiter. Hä? Wie viel Kaffee hast du schon getrunken? Ja. Du bist sehr farbenfroh angezogen und ich bin eher in schwarz wie immer. Ja. Ist ja toll, wie viele Leute hier einschalten. Ich weiß noch... Ich bin schon 17. Im Juli hatten wir einen Livestream in Osnabrück und das war natürlich auf dem englischen Kanal, der noch viel, viel kleiner ist und da hatten wir nicht so viele Leute. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Du hast dann auch geguckt den Livestream, ne? Ja. Joaquin konnte ja leider nicht dabei sein beim Launch im Juli, aber sie hat uns digital verfolgt. Oder sie ist uns digital gefolgt. Sie hat verfolgt. Wenn man Sachen ins Deutsche übersetzt, dann ist das irgendwie... Dann klingt das komisch. Überprosecuted? Ja, Joaquin, wir haben hier einige Kommentare schon. Also es sind Leute da aus Russland, aus Ägypten, aus... Syrien, Syrien, Litauen, Indien, Pakistan, ja cool. Voll viele internationale hier. Türkei, Ägypten wieder, Russland. Wer ist Jenny und wer ist Jacqueline? Also wer ist Jenny und wer ist Jacqueline? Ich bin Jenny und ich bin Jacqueline und das ist Jenny. Genau. Und wer es noch nicht weiß, wir sind Geschwister. Uh. Genau. Wir sind leider schon seit fast 30 Jahren Geschwister. Ich weiß jetzt nicht, wer das sagen wollte, ist egal. Was soll das mit leider? Ja, das sollte eigentlich ein Witz sein, aber keine Ahnung. Ich glaube, bin ich spontan genug für Witze. Ich bin damals in 2018, ja, hatte Jenny mich gefragt, ob ich mit ihr zusammenarbeiten möchte. Erzähl weiter. Und ja, dann habe ich meinen Job gekündigt. Ich habe damals in einer Medienagentur gearbeitet. Und damals war ja Lingoni noch Journal with Jenny. Und ja, dann habe ich einfach gesagt, ja, warum nicht mal was Neues erleben. Und ja, und dann bin ich an Bord gekommen. Genau. Und hast du es bisher bereut? Nö. Nee, also es ist auf jeden Fall echt ein cooler Job. Es ist sehr abwechslungsreich. Man hat keine festen Arbeitszeiten. Und ja, man, also ich arbeite das erste Mal für ein Unternehmen, ja, was ein cooles Produkt hat. Also ich stehe halt total dahinter und weiß, dass es, ja, Leuten hilft. Und es ist, ja, nichts, nichts Schädliches und, keine Ahnung, ja. Nichts Schädliches? Ja, also es gibt ja auch, es gibt viele Unternehmen, die irgendwelche Produkte herstellen, die nicht gut sind. Keine Ahnung, zum Beispiel für die Umwelt oder die keiner wirklich braucht. Und Sprachen lernen wollen ja viele Menschen auf der Welt. Und ich kann sagen, dass ich für ein Produkt arbeite, was super ist. Wo du hinter stehst. Und wo ich dahinter stehe. Genau. Genau. Ja, ähm, die letzten beiden Jahre waren aber auch irgendwie ziemlich krass, ne? Also da hat sich wie getan bei uns. Ja, wir sind dann Ende 2019, haben wir dann den Lingonen-Launch gehabt, richtig? Genau, Ende Dezember 2019, ja. Genau. Und dann haben wir halt gedacht, ja, okay, wir wollen mehr Sprachen haben in der Zukunft. Und haben uns dann überlegt, okay, wie wollen wir denn heißen? Dann haben wir wochenlang überlegt und Ideen gesammelt, ja, wie wir uns denn nennen wollen. Und ja, dann ist es Lingoni geworden. Und damals gab es ja auch noch French with Alicia. Und dann sind German with Jenny und French with Alicia sind dann zu Lingoni geworden. Also Lingoni German und Lingoni French. Und seit Juli gibt es dann jetzt auch Lingoni English. Ja, also da haben wir jetzt drei Sprachen. Wie fühlt sich das an, drei Sprachen zu haben? Das sind auf jeden Fall mehr als eine Sprache. Ja. Ja, also je mehr Sprache man hat, desto mehr Mitarbeiter hat man. Hallo Jack und Jen. Ich liebe dich Jack. Ja genau, also es ist halt natürlich, wir haben mehr Mitarbeiter. Wir haben, was sehr anspruchsvoll ist, ist, dass alle Unternehmensentscheidungen muss man immer auf alle Sprachen anwenden. Das heißt, man muss immer erst überlegen, okay, wie wollen wir das übergreifend gestalten und dann muss man das auf den jeweiligen Sprachen umsetzen, weil wir natürlich auch eine Konsistenz haben wollen. Guckst du da auf diesen schwarzen, auf die Kamera da drauf? Und du? Ja, ich habe irgendwo anders hingeguckt, deswegen sieht das so aus, als ob du guckst perfekt in die Kamera. Dann mach das jetzt auch. Ja, so da, ne? Genau. Ja, und wie fühlt es sich für dich an? Ja, das ist auf jeden Fall eine Umstellung, weil ich war ja jahrelang alleine und habe alles alleine mehr oder weniger gemanagt. Und wenn man jetzt mehr Leute an Bord hat, ja, muss man sich natürlich auch um mehr Leute kümmern. Ja, es entstehen jeden Tag Fragen, die man beantworten muss. Und wenn man etwas, wie du schon gesagt hast, wenn man etwas bei einer Sprache ändert, dann muss man das auch bei den anderen beiden Sprachen ändern. Wobei es auch manchmal so ist, dass wir so kleine Pilotprojekte pro Sprache haben. Stimmt. Zum Beispiel bei Englisch haben wir ja Reels auf Instagram. Stimmt. Die haben wir nicht bei Französisch und bei Deutsch. Noch nicht, vielleicht kommt das noch. Da haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Aber das ist eigentlich auch ganz, ganz interessant, weil dann kann man eben ein neues Konzept oder ein neues Format testen. Und wenn es gut ankommt bei einer Sprache, kann man das auf die anderen beiden Sprachen anwenden. Und genau deswegen... Ja, und man muss auch sagen, dass nicht alles für alle Sprachen funktioniert. Also es hat ja auch viel mit Kultur zu tun. Und manche Dinge funktionieren für Französisch super, aber für Deutsch eben nicht. Das heißt, man muss natürlich auch immer überlegen, okay, macht das Sinn für die jeweilige Sprache. Ja, und Englisch zum Beispiel ist ja monolingual. Also da auf dem Kanal und in der App wird nur Englisch gesprochen und alles ist auf Englisch. Und dann kann man natürlich nicht die identischen Formate benutzen, die wir auch für Deutsch und Französisch nutzen. Deswegen ist Englisch an sich schon grundsätzlich ein bisschen anders. Also wir haben einige Formate, die wir auch bei Englisch haben. Zum Beispiel HZ, das haben wir ja mittlerweile für alle Sprachen. Und ja, aber man kann nicht alle Formate auch für Englisch nutzen. Aber das ist eigentlich auch ganz interessant. Das muss ja nicht identisch sein, weil das ist ja kein Klon. Jede Sprache, wie du gesagt hast, ist ja anders. Ja, genau. Und deswegen ist das eigentlich auch ganz interessant, dass es nicht hundertprozentig identisch ist. Ja, genau. Ja, die Basis muss identisch sein. Und das Ziel ist natürlich, dass, egal ob man jetzt Französisch lernt oder Amerikanisches, Englisch oder Deutsch, dass man immer weiß, okay, ich bin hier bei den Goni und dass das halt alles zusammenpasst. Und ja, also da muss einfach eine Gleichmäßigkeit auch vorhanden sein. Oder ein Wiedererkennungswert muss da sein. Genau. Dafür bist du ja zuständig. Du kümmerst dich ja um die Visuals und das ganze grafische Design. Also grob kann man sagen, dass ich verantwortlich bin für all das, was ihr seht. Also für die Farben, für die CI, also die Corporate Identity. Genau. Da arbeite ich dann auch eng zusammen mit dem lieben Heiko Röhr. Ja, genau. Der erstellt all unsere Templates und Vorlagen und sorgt dafür, dass wir halt einen konsistenten Markenauftritt haben. Ja, das klappt ganz gut. Hier fragt jemand, was haben Sie an der Uni studiert? Willst du das mal kurz erklären? Also ich habe an einer Fachhochschule studiert. Die Fachhochschule war oder ist immer noch in Köln. Und da habe ich Mediendesign studiert. Ich habe in NRW Abitur gemacht. Und dann bin ich nach Köln gegangen und habe da studiert. Genau, ich habe einen Bachelor. Für den Master war ich dann zu faul. Genau. Und dann nach dem Bachelor habe ich dann bei meiner ersten Agentur angefangen. Bei einer Online-Digitalagentur. Genau. Oh, ja. Und du? 2015 habe ich damit angefangen, YouTube-Videos hochzuladen. Und daraus ist eine Moni entstanden. Ja, genau. Ich weiß auch noch, wie du mich dann, das habe ich auch schon ganz oft erzählt, glaube ich. Ich glaube, wann war die? Juni, äh, 2018, ne? Ja, genau. Sommer 2018 ist ja die Journal with Jenny App live gegangen. Und dann hatte Jenny mich angerufen im Sommer. Oder im Frühjahr war es wahrscheinlich. Und hat gesagt, ja, ich habe da so eine Idee. Und da hatten wir quasi das Konzept von der Liguni-App erzählt. Das weiß ich noch bis heute. Ja? Und dann habe ich gesagt, du hast es auch so aufgeskribbelt auf dem Blattpapier. Und ich habe gesagt, ja klar, wieso nicht? Mach das doch. Du hast so viel Lernmaterial. Und, ähm... Hast du damals gedacht, dass ich einen Knall habe? Nee. Da habe ich mich schon längst reingewöhnt. Ah, du kannst es ja schon vorher, ne? Genau. Aber wann hattest du nochmal angefangen, dir das mit der App zu überlegen? Weil das hat ja auch eine Zeit gedauert. Ja, das war relativ kurzfristig die Idee. Ich hatte die, glaube ich, im Januar 2018. Echt? So spät? Ja. Also, oder vielleicht Ende 2017. Anfang 2008. Dann hatte ich die Idee. Okay. Dann habe ich einen Entwickler gesucht. Und dann hat es wirklich sechs Monate gedauert, um die komplett von A bis Z zu entwickeln. Und dann im Juli 2018 ist ja die deutsche App live gegangen. Ja, also es hat schon sechs Monate ungefähr gedauert, die ganze Entwicklung. Aber man muss sagen, dass damals, also wir haben ganz, ganz viel verändert in der App, haben super viel optimiert und haben neue Sachen eingeführt. Das heißt, also die Basis stand da auf jeden Fall schon. Aber die App jetzt ist natürlich viel, viel entwickelter, als die damals war. Ja. Und selbst jetzt, wir sind jeden Tag dabei oder da dran, die App weiter zu optimieren. Und wir kriegen natürlich auch viel Feedback von euch. Und ja. Das heißt, es ist immer in Bewegung und die App verändert sich permanent. Ja. Lass uns nochmal vielleicht ein paar Fragen beantworten. Are you sisters? Yes, we are sisters. Yeah. I'm the younger one. So, was haben wir denn noch für Fragen? Seid ihr Zwillinge? Nein, wir sind keine Zwillinge. Nee. Ich wollte immer eine Zwillingsfester haben, aber... Und dann kam ich. Was haben wir denn hier noch für Fragen? Seit wann sind sie so schön? Kommt jemand aus Bolivien, Venezuela? Also wir haben auch ein paar Südamerikaner dabei. Wobei, da ist es noch sehr früh. Da ist es erst sechs oder sieben Uhr morgens, glaube ich, in Südamerika. Ja. Ich denke, ich frage den Blog. Aus den USA ist, denke ich mal, wahrscheinlich noch keiner dabei. Es sei denn, ihr seid frühaufsteher. Ja, wir hatten eigentlich... Eigentlich wäre es besser gewesen, den Livestream heute Abend so machen. Aber heute Abend habe ich Training. Ich muss zum Tanzen. Jacqueline fährt zu einer Freundin. Morgen fährst du schon wieder nach München. Also wir hatten eigentlich kaum Zeit. Deswegen mussten wir das jetzt auf die Schnelle machen. Genau. Aber danach geht das Video ja live. Das heißt, ihr könnt es dann auch noch nachträglich euch anschauen. Genau. Ja. Jenny, you like Beethoven? Nee, ich bin eigentlich kein Beethoven-Fan. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie Iran besichtigen möchten. Iran, habe ich gehört, ist echt ein schönes Land für Tourismus und so mittlerweile. Also willst du da mal hinfahren? Nee, erst mal nicht. So, was haben wir denn hier noch für Fragen? Wie lange sprecht ihr Deutsch? Sprecht ihr schon Deutsch? Tja, wann haben wir denn angefangen zu sprechen? Seit wir drei Jahre alt sind? Zweieinhalb? Ich weiß es nicht. Also wir sind halt hier geboren in Deutschland. Und das heißt, Deutsch ist unsere Muttersprache. Und dann sind wir aber 1996... Hätt ich mir an... 1996... Sind wir 1996 nach USA gezogen. Und haben dort knapp drei Jahre gelebt. Und deswegen... Also da haben wir dann unser amerikanisches Englisch gelernt. Genau. Hier schreibt einer. Ja, ich spreche nicht ganz so viele wie Jenny. Ich spreche Deutsch, Englisch... Ja, ein bisschen Französisch und ein bisschen Italienisch. Aber das habe ich in der Schule gelernt. Und ja, da kann ich ein paar einfache Sätze bilden. Aber das war's. Und Jenny kann ein paar mehr Sprachen, ne? Ja, also Englisch, Deutsch, Französisch ziemlich gut. Spanisch mittlerweile nicht mehr so gut, weil ich einfach sehr wenig übe. Und Portugiesisch auch nicht mehr so gut. Also ich verstehe eigentlich fast alles, würde ich sagen. Vor allem Brasilianisches Portugiesisch und Argentinisches Spanisch. Aber Sprechen, wenn man wirklich... Also wenn man tagtäglich spricht, so wie ich in Argentinien, dann ist man im Prinzip fließend. Aber wenn man dann gar nicht mehr spricht, dann verliert man das wieder ganz schnell. Das ist noch irgendwo im Hinterkopf. Also wenn man jetzt, sag ich mal, wenn ich zwei, drei Wochen wieder in einem spanischsprachigen Land wäre, wäre ich da ganz schnell wieder drin. Aber wenn man nicht übt, dann verliert man das leider. Für Deutsch natürlich das Gleiche, ne? Also ihr müsst viel, viel, viel üben. Am besten jeden Tag, damit ihr gut sprechen könnt. Irgendwann. Wie ist das Wetter in Österreich? Keine Ahnung, wir sind nicht in Österreich. Wir sind in Deutschland. Und das Wetter hier ist heute ausnahmsweise mal sogar ganz gut. Ja. Duolingo oder Bubble, was sagst du dazu, Jaffin? Ja, Lingoni natürlich. Lingoni natürlich. So viele Fragen stellt ihr uns gar nicht. Habt ihr noch irgendwelche Fragen an uns? Subscription to what? Also ihr könnt ein Abo gewinnen. Wir stellen euch gleich hier im Livestream zwei Fragen. Und wenn ihr die richtig beantwortet, dann könnt ihr ein Abo gewinnen. Ihr müsst uns aber dafür eine E-Mail schreiben an info at lingoni.com. Ja? Und dann, ja genau. Also ich schreibe das mal einfach hier rein. Ja. Good idea. Okay, also, wenn ihr diese zwei Fragen, die wir gleich stellen werden, richtig beantwortet, dann könnt ihr ein Abo gewinnen und ihr müsst dann sagen, welches, ob ihr für Englisch, Deutsch oder für Französisch ein Abo haben wollt. Ja, okay, gut. Die meisten Fragen sind, wie geht es euch oder wie geht es Ihnen? Ja, wie geht es dir heute, Jocke? Ich bin ein wenig müde. Weil ich jetzt hier nicht so gut geschlafen habe. Wir haben nämlich hier drei Hunde rumspringen und die Hunde bewegen sich dann, also die Hunde schlafen im Bett und bewegen sich dann immer ganz viel. Und ja, ich bin, also ich habe einen recht leichten Schlaf und ja, deswegen kann ich, finde ich, ganz so gut schlafen. Und diese Nacht haben wir dann getrennt geschlafen, Jenny war auf der Couch und ich im Bett und heute habe ich gut geschlafen. Ich habe eigentlich auch ganz gut geschlafen auf der Couch. Aber die Jenny, die schläft immer super, also die schläft wie ein Stein. Also manchmal frage ich mich, ob sie noch lebt, nachträglich. Ja, weil sie so ruhig ist. Ja, so, aus Nepal ist sogar jemand hier. Wie alt seid ihr? Willst du das beantworten? Ähm, da habe ich kein Problem mit. Also ich werde tatsächlich bald drei Hunde. Willst du vielleicht, wir können... Ich habe schon den ersten, den ersten gesagt. Ja, wie alt, was denkt ihr denn, wie alt seid ihr? Das kann auch alles sein. Ja, ich glaube, ich habe das ja auch in einem anderen Live-Show schon erwähnt. Wie alt sind wir? Ihr könnt das ja mal raten. Ich hoffe, wir sind nett, was das angeht. Genau, also wie alt sind wir? Ähm, was haben wir denn noch nicht gefragt? Wie spät ist es jetzt in Deutschland? Hier in Deutschland ist es 12.21 Uhr, also nach Mittag. Ja, du willst ganz schön viel. Super. Ich rede viel? Okay. Lebe ist ja gut. Sehr wunderbar. Jenny, 31. Uh, 31. Zusammen 66 Jahre. Kommt das hin? Rechte mal. Ich bin nicht so komplex. Es kommt sogar fast hin, ja. Jacqueline, 28. Ist nicht schlecht geschätzt. Hallo aus der Ukraine. Hallo. Sollen wir uns aufhören oder sollen wir noch warten? Nee, wir haben ja noch nicht geraten. Ich wünschte mir, ich hätte solche netten Freunde wie sie. Ja, viele sagen, dass wir Englisch sprechen sollen, aber wir sind hier ja bei Lingoni German und deswegen bin ich Deutsch. Wir können ja gleich noch ein bisschen Englisch sprechen, oder? Ja. Mein Englisch rostet halt so ein bisschen ein nach einer Zeit. Also ich habe das als Kind, wo wir in den USA gelebt haben, habe ich perfekt Englisch gesprochen. Also ich glaube sogar fast besser wie Deutsch. Und ja, wenn man natürlich in Deutschland lebt und das nicht jeden Tag spricht, dann rostet das natürlich ein bisschen ein. Hier fragt jemand, welche zwei Fragen sollen wir beantworten. Ich stelle jetzt die erste Frage, dann könnt ihr das aufschreiben und dann in einer halben Stunde gegen Ende des Livestreams stelle ich dann die zweite Frage, ja. Ja, also die erste Frage ist, die Jenny schreibt es in die Kommentare. Ja, ich schreibe das jetzt hier in den Chat rein. Moment. Du kannst in der Zeit schon mal andere Fragen beantworten, ne? Welche Sprache ist am einfachsten zu lernen? Natürlich schwer zu beantworten. Also Englisch ist glaube ich schon sehr einfach zu lernen. Deutsch ist auf jeden Fall schwerer wie Englisch, würde ich sagen. Schwerer als Englisch. Ja, von der Grammatik ist Deutsch auf jeden Fall viel schwerer. Ja. Also die erste Frage ist, ihr müsst die Content Creators, also die Lehrer von dem jeweiligen YouTube Channel nennen. Also alle Lehrer, die aktuell Videos drehen. Wenn ihr jetzt Englisch lernen wollt, dann müsst ihr nur die amerikanischen Content Creators nennen. Wenn ihr Deutsch lernen wollt, müsst ihr die Deutschen nennen. Und wenn ihr Französisch lernen wollt, dann müsst ihr die Französischen nennen. Mhm. Was trinken sie? Fragt jemand, was wir trinken. Was trinken wir, Jacqueline? Wir trinken Kaffee. Das ist Jennys dritter Kaffee und mein zweiter. Und wir trinken den eher so als Milchkaffee und zwar mit Hafermilch. Ja. Sehr lecker. Trinkst du zu Hause auch Hafermilch? Ja. Irgendwie trinke ich jetzt meistens nur noch Hafermilch. Mhm. Ja, langsam werden es mehr Leute. Ich glaube, die Leute werden langsam wach. Müsst ihr nicht alle arbeiten oder warum seid ihr alle... Warum guckt ihr uns alle zu? Vielleicht haben manche noch Urlaub. Ja, oder Homeoffice oder so. Ähm, wir sind deutsch. Einer fragt, are you girls deutsch oder american? Wir sind deutsch, aber haben eine Zeit lang in Amerika gelebt. Ja. Genau. Ähm, Liebe aus Indien. Kaffee oder Tee? Also für mich definitiv Kaffee. Für mich auch. Ja, also Tee trinke ich eigentlich nur, wenn ich krank bin. Also dann trinke ich gerne Fencheltee. Ähm, oder andere, andere Kräutertees. Aber ansonsten bin ich auch eher für Kaffee. Ja. Ich dachte, jemand hat Ferien. Seid ihr Schwestern? Ja, wir sind Schwestern. British accent probieren. Puh, das kann ich nicht gut. Ich kann nur sagen, I can dance. Kann man noch sagen? Ähm, this is bloody crazy. Ne, das klingt aber amerikanisch, wenn ich das sage. How do you do? How do you do? Ja, ist schwierig. Ne, wir können das nicht so gut. Hallo aus München. Hallo. Ich bin morgen auch wieder in München. Oh, schön. So, was haben wir denn noch hier? Was war eure lustig oder komische Frau? Oder hast du doch bestimmt tausend Storys. Ähm, ja, so lustig ist das jetzt nicht. Also als ich in Argentinien war, wenn man sich dann mit Freunden trifft, dann muss man immer Füßchen links, Füßchen rechts machen. Wo war das in Münchenland? In Argentinien. Und, ähm, war es jetzt zweimal oder einmal? Ich habe das schon wieder vergessen. Ich glaube einmal. Ich war nämlich in, ja, in ein paar Ländern und manchmal, in Frankreich ist es teilweise zweimal und teilweise dreimal. In Argentinien weiß ich jetzt gerade nicht, ich glaube, es ist einmal, ja. Auf jeden Fall bin ich dann mal zu einer Geburtstagsfeier gekommen und dann saßen da zehn Leute und ich dachte mir so, ja komm, du kannst jetzt nicht rumgehen und alle zehn Leute mit Küsschen begrüßen. Das habe ich so in die Runde gemacht. Hi oder Hola. Und dann habe ich alle so ganz komisch angeguckt. Echt? Ja, so ganz, so, hä, wieso begrüßt ihr uns nicht alle? Das heißt, die hätten erwartet, dass du zu jedem hingehst und den begrüßt. Und dann hat halt einer gesagt, ja komm, ich begrüße dich jetzt endlich. Und dann hat, ne, Küsschen links. Und dann habe ich halt tatsächlich, bin ich dann rumgegangen, weil ich so gemerkt habe, die Leute finden das komisch. Krass. Und wie viele Leute waren das? Ja, zehn oder so. Das ist halt so, dann gehst du zu jedem und gibst denen halt ein Küsschen auf die Wange oder halt, ne? Einen, also zwei. Einen, glaube ich. Ja, okay. Und das Lustige ist, ich war mal in Avignon, da habe ich in der Parfümerie gearbeitet zwei Monate. Und da ist es dreimal, das heißt, wenn du irgendwie dich mit einer Gruppe triffst und dann sind dann zehn Leute, dann musst du dir, dann musst du dir 30 Küsse geben. Das ist verrückt. Und dann der nächste. Also in Deutschland gibt man sich normalerweise die Hand. Wobei durch Corona ist es natürlich jetzt weniger geworden, aber wenn man jetzt mal Corona wieder weglässt, dann würde man sich hier mit der Hand begrüßen. Also halt, guten Tag. Ja, aber jetzt aktuell ist es so, man kommt in eine Gruppe, also zu einer Gruppe hinzu und man kennt die Leute nicht und dann steht man da und sagt, hallo. Und sagt halt so, hallo, ich bin die Jacqueline. Das ist halt irgendwie komisch, man weiß halt nicht, gibt man sich jetzt die Hand oder macht man hier so fissig. Ja, manche machen jetzt das oder das oder das. Also es ist aber nicht so ganz klar, ne? Ja, jeder macht es anders. Das ist echt ein bisschen überfordernd. Also als ich in Frankreich war, war es ganz normal mit Christian links, rechts. Aber wie machen, das wäre jetzt mal interessant, wie machen die das denn jetzt? Ja, als ich da war, war ja vor kurzem Tag. Und wir haben das immer noch mit, mit. Ja, gehen Sie schon so? Ach klar. Ach klar, okay. Ja, aber die Leute waren auch echt entspannter. So, haben wir noch irgendwelche Fragen hier? Have you ever considered learning Arabic before? Puh, ich weiß es nicht. Ne, ich glaube, die Sprache ist sehr, sehr schwer Arabisch, habe ich gehört. Die Grammatik ist extremst schwer. Das können, glaube ich, selbst Muttersprachler nicht gut. Von daher, ich glaube, für mich kommt das sicher in Frage eher Russisch. Russisch würde ich gerne lernen. Hast du das nicht schon mal angefangen, Russisch? Ja, aber es ist auch schwer. Okay. Hier fragt jemand, wie viel Zeit, also wie lange braucht man, um B2, um das Niveau B2 zu erreichen. Also es kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit du investierst. Man sagt eigentlich so grob drei bis sechs Monate pro Level. Je nachdem, wie schnell man lernt. Also wenn man, sage ich mal, drei Monate pro Level braucht, dann braucht man ein Jahr, um B2 zu erreichen. Aber das ist sehr, sehr ehrgeizig. Das schaffen nur wirklich Leute, die sehr, sehr hart arbeiten und sehr talentiert sind, sage ich mal. Die schaffen das in einem Jahr. Ich würde sagen, eher zwei bis drei Jahre, bis man das Niveau B2 erreicht. Und wie viel oder wie lange sollte man jeden Tag überziehen? Ja, da gibt es ja tausend Theorien. Also ich denke, es ist besser, wenn du jeden Tag 20 bis 30 Minuten lernst, als wenn du, was weiß ich, einmal die Woche sechs Stunden lernst. Also die Regelmäßigkeit macht es aus, wie bei allem, bei jeder Sportart. Bei allem, ja, wo du gut drin werden willst, ne? Mhm. Ja. Okay. Man sagt ja irgendwie, wenn du perfekt einen Skill beherrschen willst, dann musst du das zehntausend Mal wiederholen. Also jetzt zum Beispiel, wenn du eine Drehung beherrschen willst im Eiskunstlauf oder im Turnen oder Tanzen oder was weiß ich. Ja. Dann musst du das zehntausend Mal wiederholen, um es perfekt zu beherrschen. Habe ich mal gehört. Und ich weiß jetzt nicht, ob das heißt, dass du jedes Wort zehntausend Mal hören musst, um es nie wieder zu vergessen. Das weiß ich nicht. Wow, you girls talk so fast. Ja, klar. Also natürlich sprechen wir sehr schnell miteinander, ne? Aber wir können ja versuchen, ein bisschen langsamer zu sprechen. Das stimmt. Ich spreche auch relativ umgangssprachlich. Also in solchen Videos muss ich mich immer sehr bemühen, alle Wörter sehr deutlich auszusprechen und langsam zu sprechen. Also ich glaube, dass ich eher undeutlicher spreche wie du, wenn wir jetzt uns so noch unterhalten. Undeutlicher als mir, glaube ich schon, ja. Aber ich spreche auch ziemlich schnell. Hier fragt jemand, could you repeat one more time, which language subscription can we win? So you can win a German, a French, and an English subscription to our app. Three months. And you have to answer two questions correctly. I already told you the first question. The first question is, well, name the content creators of each YouTube channel. So the content creators of the Lingoni German YouTube channel, the Lingoni French YouTube channel, and the Lingoni English YouTube channel. You have to name them. So you can write them down right now and then send us an email once we've asked you the second question. And you don't have to name the content creators of all the channels, but just one channel. So if you want to learn German, you have to name the German ones. If you want to learn English, you have to name our American English content creators. And if you want to learn French, you have to name the French content creators. So that's the first question. The second question, we'll ask that question a little later today. Haben wir uns schon entschieden, welche Pakete die gewinnen können? Drei Monate. Jack and Janie, your channel is the best on YouTube. Please be proud of that. Thank you. Es kommen echt einige Fragen zu Gedichten. Also in der Schule, da wurden Gedichte ja auch ganz oft thematisiert. Und da war ich immer ganz schlecht drin, weil man musste immer zwischen den Zeilen lesen und nach den Hidden Meanings suchen. Ja, dann war ich nicht gut drin. Also ich hatte eigentlich in Deutsch immer, weiß ich nicht, dreien oder vieren. Ja, ich war auch nicht gut in Deutsch. Ein bisschen ironisch, ne? Eigentlich lustig, ne? Als Muttersprachler dann schlecht im Fach Deutsch zu sein. Aber irgendwie war das auch nicht sehr interessant, der Deutschunterricht. Ja, ich finde keine Fragen mehr. Ah, grüßt du aus Argentinien. Ah, hola, como estas? Schon vivi in Argentinien. Hast du schon erzählt, dass du mal in Argentinien gelebt hast? Ja, hab ich ganz am Anfang erzählt. Okay. Jenny is the content creator of Lingoni German. Ja, aber ich bin nicht die Einzige, ne? Und die solltet ihr nicht hier beantworten. Don't answer the question here, but send us an E-Mail. Genau. Wie viele sind jetzt da? 72. Iben waren aber 90. Ja. Wo kann man denn noch reden, Jenny? Habt ihr noch irgendwelche Fragen an uns? Bist du froh, dass der Sommer vorbei ist, Jacqueline? Der Sommer ist noch nicht vorbei. Es ist Anfang September, der ist bald vorbei. Ja, aber im September kann es auch noch mal 20 Grad werden. Ja. Ich glaube, es war im November letztes oder vorher letztes Jahr nochmal, was ich heiße. Echt? Ich glaube schon, ja. Ja, dieses Jahr war der Sommer in Deutschland nicht so schön. Wir hatten ganz viel Sturm, viel Regen, ja, viele Unwetter. Also viel, viel Sonnenschein hatten wir dieses Jahr leider nicht. Was schreibst du da rein? Ihr müsst die E-Mail an info at lingoni dot com senden. Jenny hat es gerade nochmal reingeschrieben. Genau. Die zweite Frage haben wir noch nicht gestellt. So, wir haben erst eine zweite Frage gestellt. Wir werden das nach dem Ende der Live-Stream machen. Genau. Jenny, wie kann man den umgangssprachlichen Wortschatz üben? Am besten, indem man viel mit Muttersprachlern spricht. Man kann ja über Skype zum Beispiel Unterricht nehmen bei Muttersprachlern, über Zoom oder irgendwelche anderen Tools. Man kann ein Tandem machen, also ein Sprachtandem. Das heißt, man trifft sich mit Leuten und übt dann die jeweilige Muttersprache. Also ich zum Beispiel als Deutscher, ich könnte mich mit einem Russen oder einer Russin treffen und dann würden wir einmal Deutsch üben, damit der Russ oder die Russin Deutsch lernen kann. Und dann würden wir switchen und dann würden wir Russisch sprechen. Also das heißt, beide profitieren von diesem Treffen. Das habe ich digital schon oft gemacht über Skype. Im echten Leben, ja auch bei irgendwelchen Meetups, glaube ich. Das ist aber auch schon lange her. Aber es gibt auch Apps dafür. Ich glaube, es gibt sogar eine App, die heißt Tandem. Da kann man Sprachtandems finden. Genau. Können Sie Schwäbisch? Nee, ich kann gar keine Dialekte. Ich kann auch nicht mal Kölsch. Ah, wir können so ein paar Kölsche Wörter. Ja, aber ich kann es jetzt nicht. Also ein paar Kölsche. Ein bisschen Kölsches Vokabular können wir. Aber sonst sprechen wir Hochdeutsch. Aber ich habe eine sehr gute Freundin und die kann Schwäbisch. Da sagt man zum Beispiel nicht Schwester, sondern Schwächter. Echt? Ja. Also man sagt da nie S, sondern das schraubte S wird immer zum Sch. Konstant, ne? Konstant, Schwächter. Ja, ganz komisch. Do you confuse the languages or forget words? Das muss man super antworten. Also mir ist das früher auch passiert, dass ich spanische und portugiesische Wörter verwechselt habe. Zum Beispiel cambiar heißt ja ändern und auf portugiesisch heißt das mal nicht nur da. Auf jeden Fall gibt es viele spanische Wörter und die kann man dann auch im portugiesischen verwenden, aber nicht alle. Und dann habe ich halt früher das oft gemacht, dass ich dann spanische Wörter auf portugiesisch ausgesprochen habe, aber die Wörter gab es dann gar nicht. Und das, ja gut, die Brasilianer verstehen das dann meistens trotzdem. Wobei, ich war mal in Brasilien und dann wollte ich, habe ich noch Käse gegessen. Dann wollte ich ein Käsesandwich bestellen. Das muss ich erklären. Also jetzt esse ich kein Käse mehr, einfach weil ich nur veganes Essen esse, aber damals habe ich noch Käse gegessen und dann wollte ich ein Käsesandwich bestellen. Dann habe ich gesagt, um Sandwich con Queso. Queso heißt, ist das spanische Wort für Käse. Und er hat es halt nicht verstanden und das ist, auf portugiesisch ist das Queso. Und er hat halt nicht verstanden, dass ich, als ich Queso gesagt habe und ich dachte mir so, hä, so ein großer Unterschied ist das doch nicht. Das muss er doch verstehen. Aber hat er nicht verstanden und dann musste ich halt so dahin zeigen, ja, den Sandwich da mit Queso. Und dann, ah, Queso con Queso, okay. Ja, es ist halt, ja, manchmal denkt man so, das ist doch eigentlich klar, aber ich glaube, wenn jemand noch nie Kontakt zu anderen Sprachen hatte, dann kann man das nicht erwarten. Ja. Ja, mir passiert das nicht so, weil ich ja nicht ganz so viele Sprachen spreche wie Jenny. Aber manchmal würde ich sagen, wenn ich Englisch spreche, dann, ähm, ja, dann benutze ich auch manchmal falsche Satzstellungen oder falsche Wörter, weil man das im Deutschen so macht. Oder auch andersrum. Das passiert mir doch auch manchmal. Nicht so lange. Ja, okay. Wir müssen üben, gerade zu sitzen. Aber nicht. Also irgendwie gehen die Schultern immer wieder so. Ja, ähm, was machst du denn heute noch? Hast du eben auch schon erzählt, ne? Du gehst, du gehst nachher zum Tanzen. Ja, ich geh zum Training. Ich muss dich noch durch die Gegend kutschieren, ne? Genau, ich geh nachher meine gute Freundin Mona besuchen. Vorher fahr ich zu unseren Eltern. Genau, da hab ich auch noch zwei Kaninchen. Die musste ich leider da lassen, als ich damals nach München gezogen bin. Die geh ich dann auch besuchen. Und dann heute Abend geh ich dann noch essen mit der lieben Mona. Ja. Und wir machen gleich noch Quesadillas, ne? Oder in Argentinien würde man sagen Quesadillas. Okay. Ja, weil das spricht man anders auf. Aus Argentinisch und Spanisch. Show us the backstage. Ja, ich glaube heute nicht, weil es hier ein bisschen unaufgeräumt ist. Aber ich glaube, du hast doch, hast du nicht mal ein Video gemacht, wo du deine Wohnung gezeigt hast? Ja, ja, das ist schon lange her. Ich glaube, das war in der Story, ja. Achso, okay. Ja, gut. Ne, also heute werden wir leider nichts backstage zeigen. Aber es ist nichts Interessantes hier. Drei Hunde liegen rum und faulenzen. Genau. I guess I'll speak in English. Maybe you can speak in German and I can speak in English. Okay, so let's see. Let's see if we have any other questions. Isn't that confusing? Or you can also speak in English if you want to. Before seeing this, I could have sworn you were native English speakers. I guess because we speak English in a lot of the videos. But usually in the B1, B2 videos we speak only German, so. So there, you guys can win a subscription. I'm just going to say it again. You can win a German, a French or an English subscription. You can check out Lingoni.com if you want to have some more information about our app and our languages. And if you want to win one of the subscriptions, you have to answer two questions correctly. The first question is, or what you have to answer is, or what you have to come up with is name the content creators of each YouTube channel. So if you want to win a German subscription, you have to name the German ones. If you want to learn an English subscription, you have to name the English ones. And for French, you have to name the French content creators. So that's the first question. And the second question, we'll ask you that a little bit later today. And then you have to send an email to info at Lingoni.com. Exactly. Okay, so let's see. Someone is asking us to film a vlog. I haven't filmed a vlog in ages. Well, actually, when was the last vlog I filmed? I think at the beginning of the year or maybe last year. The year went by so quickly, it's crazy. Someone is asking if your name is German. You have a German name. No, my name isn't German. My name is French. But I'm still German. So you have a French first and last name, which is kind of nice. But your name is also French. The last name. Not the first name. First name is an English name, I guess. Really? English name. But there are also Jenny... Jenny Fier? Jenny Fier? Jenny Fier? Jenny Fier? Or something like that? I don't know. Not Jenny Fier? No, that's just the pronunciation of it. But it's not... Okay. It's definitely... I think it's an American name. I don't know. Yeah, so we both have French last names. Yeah. And so with my first name, it's well together with my last name. Yeah. So only 63 people are watching right now. I want to say thanks to Lingoni German. I watch it on a daily basis and it helps me a lot. Thank you. Which format do you guys like, actually? Because we have some different formats. Do you like dialogues or grammar lessons or vocab lessons, like the one that Jacqueline filmed about the bedroom? Or what else do we have, Jacqueline? Listening comprehension, I guess? Grammar lessons, vocab lessons, listening comprehension. How it's said, how it's said, idioms. So which formats do you guys like most on the Lingoni German channel? Maybe you can answer that. Oh, Uwey Nashavi says he likes the podcast. So I guess you are a member of our app if you like the podcast, because we don't have any free podcasts, right? Mm-hmm. Your grammar lessons are great. Joshua likes the grammar lessons. Actually, in the beginning of the app, I recorded a lot of podcasts. Oh, yeah. You did. For the app. And I think for A1 and A2, right? Yeah. Yeah. I think that's one of the first things you did for Lingoni, record podcasts. Mm-hmm. And create thumbnails. Oh, yeah. But we don't have them anymore. Why did you change my thumbnails? They were great. They had so many colors, so many fonts. Yeah. You didn't like them, right? Not so much. Yeah, my thumbnails were actually pretty ugly in the beginning. But I don't know. I'm not the person to go to for design stuff. Uh, Frida says she's a subscriber and she loves the app. That's so cool. Yeah, that's cool. Lancer says he likes the, he or she, probably he, he likes the dialogues, grammar, vocab. Yeah, it's nice. So he likes pretty much the mix. And then Kadia says he likes the grammar videos. Diedrich says he likes all the formats. He finds them very helpful. That's nice, right? Mm-hmm. Cool. Your video is very informative and I'm learning so much as a beginner. I'm from the Philippines. And she's a regular, she's a relocating to Thüringen pretty soon. Ali says I love them all, very helpful. I reach the end of the A2 playlist but mostly grammar lessons because they include vocab and expressions. Cool. That's really nice. Vielen Dank für Ihre App. Ich profitiere sehr davon. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft viele, viele Abonnenten. Das wünschen wir uns auch. So, Webby's... The second question, we'll get to the second question soon. Because we have to start cooking in 15 minutes, right? Yes. We're cooking quesadillas. I guess we can show you the result in our Lingoni German stories on Instagram. So, someone is... Wait, who else? Yagis is saying he likes it when we give the German sentence and after that the English one. Mm-hmm. So that they can write down the sentences and go forward. Yeah, I noticed that the videos where we have German, English, German, those are very popular videos. Yeah. We still do that, but not all the time. Because we found out that for B1 and B2, it's better to speak only German. Yeah. I mean, some people, they complain. They want to also have the English translation. Yes. But I guess you have to decide. So, it was hard to decide because you cannot make everybody happy. You cannot please everybody. So, but we decided if you have reached the B1 level, you should be able to follow a grammar lesson without English. So, that's why in the last two years, I guess, we really only spoke German in the B1, B2 videos. Most of them, not all of them. And then for A1, A2, it's always a mix. English, German. Yeah. That's how I started German with Jenny and we just tried to keep that concept. For French as well. That's what we're doing for French as well. Okay. So, I keep cooler. I'm sorry if I'm not pronouncing your name correctly, but... This is also German Emma Watson. I don't know. I do? Oh, thank you. Yeah. So, let's see. Hey girls, you both have helped me so much with my German. I love your channel, says the Pizza Geek. The Pizza Geek. Hi, Pizza Geek. Jenny, are you from Dusseldorf? I think I saw you there. No, I'm not from Dusseldorf. I think last time I went to Dusseldorf was when I was still dancing in Dusseldorf, like two years ago. I had a dance partner who lived in Dusseldorf. You haven't been there since then? I think so. That's the last time I went to Dusseldorf. And then I switched dance partners, and since then I practice in Bochum. Can we switch on subtitles here? Is that possible? I don't know. I'm not sure. We're not live stream experts yet. So, anyway, someone is saying, ich habe ein Problem. Nee. Ich habe ein Problem. Ich habe viele Wörter, aber ich kann es... Okay, so you know a lot of words, but you cannot use them to speak. That's what someone is saying. I guess listening, reading, writing, and speaking, you have to practice all four skills. And I said this before, it's a good idea to get a tandem partner, a language exchange partner, and practice regularly, or get a German teacher on Skype, which is, I guess, easier nowadays than meeting someone in person, you know, because of the whole COVID story. Let's see. So, Govindraj, he's probably from India, right? I think it's an Indian name. Ah, where is it? I lost the comment. Ah, here. So, he likes idioms and grammar lessons, and he likes the way that I explain the grammar. That's cool. There was another question. Someone is asking, or asks, about the boot exam. Where? Yeah, so if you subscribe to our app, and you really complete all the activities, including the PDF worksheets, and you practice pronunciation, then you have a really, really good basis to pass the Goethe exams, but we would still recommend that you get some speaking practice. So, either with a language exchange partner, or a teacher, a native German teacher, and then basically, you're prepared for the exams. Someone says you're nervous. Are you nervous? Not really. There was a question, but I kind of lost it. There was someone, um, she bites her lip, touches her hair. Yeah, I cannot find the question anymore that I found earlier. Oh, someone says that they only learn German with our channel. So, since when have you guys, uh, or since when are you guys subscribers, because, uh, uh, yeah, so the Lingoni German channel, um, is actually, well, it's not old, but it's been, uh, it has been existing for some time, for quite some time now. So, when did you guys subscribe? That would be interesting. Is there anyone from, like, the very beginning, 2015? I can't understand the dog. He's barking in German. Yeah, I know. Probably. But, probably, he also is able to speak some Portuguese, yeah, because he's, he's from Portugal. I'm sitting a dog right now, a pug, actually, it's not my dog, but he's staying, he has been staying with me for a few weeks. No, it's not Minoo or Snoopy, it's a visitor dog. Yeah, so, I guess I'm kind of the, uh, what's it called? Dog sitter. Yeah, temporary mom. Temporary mom. Okay, so, someone subscribed four months ago, so that, so, um, I guess you don't know the German with Jenny channel then. Jacqueline, can you answer, what's the difference between Raum and Zimmer? What do you think is the difference? Raum and Zimmer, that's a tough question. Zimmer, Raum. Well, I think Raum is a more general, general term, I'd say, because Raum can mean either Zimmer, but it can also mean, like, space in general. So I can tell Jenny, ah, Jenny, gib mir bitte ein bisschen Raum, right? Yeah. So that's, like, give me some space. I need to, like, breathe and get comfortable. For example, if you go to a school, you would never say, uh, wir haben in diesem Zimmerunterricht. You would always say, wir haben in diesem Raumunterricht. Ah, that's right. It's like a public building, it would never be Zimmer, Zimmer is only at home, I think. That's right. So Zimmer would be more personal, but at the doctor's office, you would say, um, Wartezimmer. That's true, yeah. Yeah, but in general, Zimmer is more, like, in your personal home, yeah, personal space, I guess. Yeah, that's a really good question. So actually, there was someone earlier who subscribed to the German with Jenny channel four years ago, here, Atikula Nassimi, so that was a long time ago. Another one who used to watch the German with Jenny videos. Someone subscribed in 2019, so I guess you saw the end of German with Jenny video. You might have seen it, you might have watched it. A lot of people were shocked because, um, yeah, they thought that we would end German with Jenny and the whole, um, yeah, company, like, completely, but I thought it was a great idea and you were skeptical, right? I was like, yeah, let's not do it. And I remember a lot of people watched that video, but a lot of people were shocked and following that video, uh, we lost a lot of subscribers. I think they were hurt. But I think we're recuperate, recuperating. We're, um, um, yeah, I think, uh, people have gotten used to the Lingoni German name. Jacqueline's hairstyle was nice. I liked her bangs. Mm, yeah. I think, like, either you like the bangs or you like, um, like it without, but, um, I don't know. Yeah, I like you like this. I don't like you with bangs. Really? I mean, it was nice, but this one's, this way is much nicer. The problem with bangs is that it covers up a lot of, like, a big part of your face. So you can't see the eyebrows and the eyes are covered and you have to go to the, to the hair salon, um, like every four weeks. And, uh, it's just too much time and you always have to make appointments and, uh, well, it's too exhausting, but, yeah, and for me it's impossible to have bangs because I have wavy hair. I always have to, uh, straighten it. And so when the bangs are wavy, it just looks terrible. Yeah. Yeah. Things are a lot of work and, yeah, you always have to wash it. You will, yeah, no, I did. Yeah, since we started speaking in English, the comments are also English now, so. Mm-hmm. Okay, I guess we can ask the second question because, um, in six minutes, we have to end the live stream. So the second question is, in which year were the YouTube channels founded? I'll write it down here. I guess I can write both questions again. And you need to send the answers to info at lingoni.com. Mm-hmm. Let's see, uh, what was the question again? In which year were the YouTube channels founded? Um, where? Oops. Can I change that? Oh, yeah. No. Oh, I can remove it, I guess. Um, you're not supposed to write the answer here. You have to send us an email to info at lingoni.com. So please delete your answers here because otherwise you can't win. Because it's unfair to the others, right? Yeah. So, yep. So we'll choose some winners. So there will be three winners. One will win the English, the English subscription, one the French, and the other one the German subscription. Mm-hmm. You didn't answer many questions. We answered questions the whole time. Right? There weren't so many questions. I sent my email. Okay. Great. Um, are there any, um, people who have subscribed to the English app or the French app here? That would be interesting for me to know. Or are you guys all just, like, Lingoni German viewers and Lingoni German app users? Who are you? Tell us. Someone joined September 23rd, 2013, but the channel didn't exist yet then, right? No. Maybe he joined YouTube in that year? Mm-hmm. Maybe. Uh, we have a web application. We don't have a mobile application, so you're not going to find us in the Play Stores. So, someone is asking, what's the COVID situation like in Germany nowadays? Well, um, the, yeah, it's hard in English. Um, we have the 3G rule. So, you either have to be tested or vaccinated or, um, wow, genießen. You'll, no, you have to be, I don't know. Oh, you have to be, you have to be recovered. You have to have recovered, yeah. You have to have recovered from COVID, yeah. And, um, but they're, they're discussing if we should, um, introduce the 2G rule, but, um, yeah, that's still open. That still needs to be discussed. Yeah, so, I guess right now, if you, did you say that? You have to have one of those statuses to enter. Yes, exactly. And inside something. I think this week we switched from the 7-Tage-incidence, I don't know what it is in English, um, to, um, what's the begriff? What's the begriff? What's the term? Yeah, um, yeah, um, we will, like, take a look at the, at the hospitals, and we're gonna, um, see how many COVID patients are there, and depending on that, we will, um, introduce new rules or whatever. But the 7-Tage-incidence will not be the, the only factor anymore. Anything else? Um, I wonder if I can put the link there. There's no link. Um, no, I think that's it, yeah. And they're thinking about changing the 3G-Status to the 2G-Status. Yeah, but they're still discussing that. I think in Hamburg they're already, um, doing that. The 2G-Status rule, um, but it's not, um, not, um, by law, not by law. I think it's, um, it's, um, voluntary. In Hamburg it's voluntary. I think a lot of restaurants, et cetera, are doing that, but it's not, um, advised by the law. Mm. Yeah. Yeah. Do you plan to have podcasts in the future? Um, We do have podcasts in our app. Yeah. You just have to subscribe to our app. Yeah, we have a lot of podcasts for German, English, and French. Mm-hmm. And I actually like the French ones a lot. I always learn a lot when I listen to the French podcasts. Oh, someone's cat vanished, and the person is very upset. Oh, no, fingers crossed. I hope you find your cat. I would die. Yeah, that's sad. Oh, no, I would die if one of my dogs disappeared. Mm-hmm. That's terrible. So long time to come to the end, or how long do you want to make it? Yeah, maybe five more minutes? Yeah, okay. I feel like people are enjoying it, and it's good to do the two languages, maybe first half German, second half English. Okay. Do you guys like it when we speak English, or do you prefer if we speak German, or do you like it if we speak both languages? What do you guys prefer? I think half-half is a good idea. Just the first name, not the full name. I don't think we publish the full name of the content creator. It's just the first name. Yeah. Hybrid. So, yeah, upcoming live sessions. Well, you're leaving soon, so I guess I'll... You can also do it... Well, you can speak English, and I can speak German. That's also a possibility. I don't know. Yeah. What did you want to say? No, someone's asking about upcoming live streams. I guess maybe for all the languages, we should start having more regular live streams. Maybe, I don't know, once a month is a lot, I guess. But maybe it's realistic. We'll have to talk to everyone about it. I guess, me personally, I could do one every month. Today was very spontaneous, so we didn't really have a structure for this live stream. But I guess it's nice to talk to you guys a little bit still, and we can have a structure for the next one, or not. Wo wohnt ihr? Ich wohne in München, in der Hauptstadt von Bayern, also das ist der Süden von Deutschland. Und die Jenny wohnt in NRW, also im Westen von Deutschland, in der Nähe von Köln. Genau. Und wir sind beide in Köln geboren. Some people say half-half, so half English, half German. Best of both worlds. That's good. You can do that. Both, both. So a lot of people say both. And then some people say German, some people say English. German and English will help a lot. But, yeah, okay. So I guess you did everything right. Yeah, I didn't see anyone that I know in this live stream. Everyone was... I think Stephen Hill, I've seen you before. You commented on a lot of German videos, I know that. Degree major. My major is... Well, I have a degree in business, and Jacqueline has a degree in media design. Media design. Media design. Yeah. Originally, I thought I would want to become a designer, but during my studies, I realized that, yeah, it's not the right path for me. And after I finished my studies, I became a project manager in a digital online agency. And you still do a lot of project management, right? Yeah. Project management is a big part of my job at Lingoni. Which is a perfect job for you, because she's super organized, and she always has a structure. She has, I don't know, she's just extremely organized. And when you came to Lingoni, like, we didn't have any structures, we didn't have any Excel sheets. I didn't have a YouTube planning. I just published spontaneously. You didn't have a YouTube planning? Really? Oh, my God. I think I just published. I just recorded videos. I filmed videos, and I just published them. And it worked. I mean, it did work, right? Of course. But when you, like, add more team members, and when you delegate tasks, I think it's impossible to not have a structure, and to... You need a structure. You need Excel sheets. You need some sort of plan, because otherwise it's impossible. Always need to have a plan. So we're very different in that aspect. So I'm kind of chaotic. I'm not organized at all. I mean, I think I've improved over the years, but it's hard for me. It's a big job for me. I just, I'm just, I don't, I'm not afraid of doing things spontaneously, and I'm not afraid when I don't have a structure, because I feel like I can just decide what to do in the moment. And then you are different. Yeah, I like to have everything, or I like working effectively. And in my opinion, you can only work effectively if you have a structure, if you have a plan, because then you don't waste time, and you are able to focus better. Yeah, that's how I like to do things. I guess it's good to have a little bit of both when you manage a company, because without a structure, everything would probably fall apart. Yeah, but I think it's that way, because I'm also stressed more easily. I think you're not that way. So if things like are more chaotic, I don't feel comfortable anymore. But Jenny does, that's also a reason, right? Yeah. Sometimes I feel like I'm, when you like, sometimes you say, okay, can you please use this Excel sheet, or can you please organize yourself? And then I feel stressed, because it kind of doesn't give me a lot of, or enough freedom, I guess. And I, yeah, I think we had a lot of discussions about that in the recent years, right? Yeah, of course, you have to pay attention, or you have to make sure to not have too many Excel sheets, because if you have too many processes, then the workflows get like slowed down a lot. So you have to always be careful that it's not too structured, or too, yeah, I don't know. And I think sometimes when I suggest new ideas, then you're always like, okay, wait, stop, we need to have a structure first. Yes, we need to talk about that. And then sometimes when the idea is really crazy, it takes you longer, like, I guess, a couple of weeks to get used to the idea. But I think that's also, I also improved there a little bit. Like, for example, the live stream today, when did, I asked you last week if we could do the live stream this week, and then two days before I came here, you said, Jacqueline, remember, we're going to do a live stream so that you can prepare. Because I know if I tell her like an hour before, okay, we're going to have a live stream in an hour, do you want to do this? And I think this wouldn't have worked out really well. Probably not. But you did a really great job. You talked about more in German than in English, but no, but your English is great. Someone says the live stream is over now. Someone is reminding us to please end the live stream. Die Zeit ist fertig, vergessen Sie nicht bitte. Yeah, we have to start cooking now. Oh, Raphael Seon lives in Aachen. I'm going to be in Aachen next week because I have a dance competition in Aachen. Oh yeah, you're watching me. You're watching me fail now. I'm just kidding. So yeah, I'll be in Aachen next week. Okay, so thank you guys. I hope you had fun during this live stream. I hope it was more or less interesting. Yeah, we'll try to do live streams more regularly, but I guess we need a structure for that, right? Yeah, but I'm glad that Jacqueline joined the team because I couldn't do this without her anymore. She's a valuable member of the Lingoni team. Is it easy to work with me? Well, sometimes it's easy, sometimes it's not that easy, right? But I think you can say the same about me. Because we're really different. Like our personalities are not, yeah, are very different. But I think the combination is good for the company. Yeah. Because, yeah, how would you say in German? We complement each other. Yeah, so we both have different talents. And so it's good when two different set of talents, they come together. That's really helpful. But we also really have to, we müssen uns zusammenreißen. How would you say that in English? We have to pull ourselves together. We have to, yeah, that's true. Yeah, because like when we didn't work together yet, I think we fought a lot more. We had a lot more arguments and then. But we were younger as well. Yeah. We were less, we were not mature enough yet. So sometimes we didn't speak to each other for months. In the past. Yeah, we cannot, like even if we fight, we cannot do that anymore because, you know, when you have a company and you don't speak to each other for a couple of months, that wouldn't work. Wouldn't be the best for the company. So we have to really pull ourselves together and get a grip on ourselves. We could send like an email to all users. Yeah, guys, so Jenny and I fought. So we're going to pause the app for several months. Yeah, there's going to be a break for a couple of months. We have to sort this out first. Yeah. All right. Thank you guys so much for joining us today. Thank you. It was fun. And even though it was early today, especially for you, right? Well, come on. No, not that early. No. Okay. Thank you guys. And we will see you guys in the next videos and in the next live stream. Maybe on Instagram. Who knows? Yeah. Cheers. Bye. Bye. Oh, and remember to answer the questions and send us an email to info at lingoni.com. Cheers. Cheers. Goodbye. How do I end the live stream now? It's still running. Oh, whoops. Bye. Mino says bye. Bye. How do I do this? Um, yeah? Yeah. Are you sure you want to stop streaming? Yes. Seems like the other person can't stop being done in the cockpit. Here we go. Thank you for watching. Bye. 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 Bye.